PrograPrint, gefertigt mit purer Leidenschaft für Technik. Mit PrograPrint wurde ein komplettes 3D-Drucksystem speziell für die Ansprüche im Dentallabor und die Bedürfnisse von Zahntechnikern entwickelt. Die Basis ist unsere jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der dentalen Technologien. Aus dem Wunsch heraus, Zahntechnikern zuverlässig hochpräzise 3D-Druckresultate zu ermöglichen, ist PrograPrint entstanden. Jede einzelne Komponente von PrograPrint ist perfekt auf das Gesamtsystem abgestimmt. Sorgfältig konzipierte optische Bauteile und spezielle elektronische Komponenten ermöglichen verlässliche, akkurate Druckergebnisse. PrograPrint ist höchste Ingenieurkunst für das moderne Dentallabor. Genau wie bei der Entwicklung arbeiten wir auch bei der Fertigung kompromisslos und mit Fokus auf beste Qualität. Jeder Arbeitsschritt wird von versierten Facharbeitern ausgeführt. Jeder Handgriff ist präzise. Präzision, die sich im Endprodukt wiederfindet. Standardmäßig nutzen wir für die Kalibrierung hochpräzise Messmittel. Eine Vielzahl von Tests ist ausschlaggebend für eine verlässlich hohe Qualität. Für kontinuierliche Optimierungen werden die Testergebnisse bereits während der Entwicklungsphase verwendet, bis die Qualitätsansprüche für den Einsatz im Dentallabor erreicht sind. Grundlage für alle Testreihen sind präzise Mess- und Kontrollmethoden. Nur so können perfekte Druckresultate garantiert werden. Das perfekte Zusammenspiel aller Komponenten im PrograPrint-System ermöglicht die 3D-Druckperfektion bis ins kleinste Detail. PrograPrint – entwickelt für dentale Ansprüche. PrograPrint –winne Untertitelung von Grillen